Das kam plötzlich für OHB. Seit dem Morgen ist das Bremer Unternehmen eines der Gesprächsthemen an den internationalen Börsen. Und das, weil er hier OHB öffentlich kritisiert hat. Guy Weiser-Prett, hier YouTube-Bilder, ist US-Großanleger und nach eigenen Angaben zweitgrößter Aktionärsvertreter bei OHB. OHB-Chef Marco Fuchs wirft er in einem offenen Brief vor. Die Führungsriege unterhalb des Vorstands ist intransparent. Der Vorstand hat zu viel Macht. Tatsächlich hat bei OHB die Familie Fuchs viel zu sagen. Sie hat das Unternehmen 1981 übernommen und zu einer milliardenschweren Satellitenschmiede mit über 2000 Mitarbeitern ausgebaut. Familie Fuchs hält 70% aller Anteile am Unternehmen. Diese Struktur scheint den US-Investor so sehr zu stören, dass er sogar persönlich wird. Firmengründerin Christa Fuchs will er nicht länger als Aufsichtsratschefin sehen. Er schreibt, bei allem Respekt, sie ist in einem reifen Alter. Diese Struktur gleicht einem Feudalsystem mit Vasallen, die ihrem Herrn huldigen müssen. Bei OHB reagiert man heute nur zurückhaltend auf die Vorwürfe. Wir werden jetzt diese Fragen sorgfältig und seriös anschauen und dann Fragen bzw. Antworten formulieren und diese Antworten dann zu gegebener Zeit nach ausreichender Prüfung weiterleiten. Und wir werden das auch in der Öffentlichkeit tun, weil Weiser Pratt umgekehrt ja auch diesen Weg der Öffentlichkeit gewählt hat. Eins hat die Anlegerkritik an OHB aber schon erreicht. Die Aktie ist heute um 4% gestiegen. Das verlangt doch noch ein wenig Aufarbeitung. Sebastian Manns hat sich mit dem Fall OHB beschäftigt. Hallo Sebastian. Ist es das, was Guy Weiser-Pratt will, dass die Aktie empor schießt? Das ist ganz klar sein Ziel. Er sieht sich als Anlegervertreter. Und Anleger haben es immer ganz gerne, wenn ihr angelegtes Geld ein bisschen mehr wert wird. Und das, was er gerade bei OHB macht, das hat er schon dutzende Male vorher gemacht. Er organisiert im Grunde Aktionäre und ist dann ihre Stimme. Und wahrhaftige oder vermeintliche Managementfehler werden von ihm ganz häufig aggressiv in der Öffentlichkeit angeprangert. Die Börse belohnt das oft, weil die Hoffnung besteht, wenn da tatsächlich Managementfehler vorliegen, dann werden die möglicherweise durch diese laute Kritik abgestellt und dadurch steigen die Aktienkurse. Also ist es im Prinzip nur ein Börsentrick, so ein kurzfristiger Effekt, oder ist es vielleicht doch etwas fundamentaler? Denn seine Kritik ist ja relativ fundamental, geht auch auf die Struktur des Unternehmens. Meint das ernst oder hat er sich mit OHB eigentlich gar nicht wirklich beschäftigt? Ja, also man kann davon ausgehen, dass Herr Weiser-Pratt, das hat er in der Vergangenheit bewiesen, durchaus langen Atem hat. Also wenn ein Unternehmen gar nicht auf ihn reagiert, dann kann er durchaus lästig werden. Für ein Unternehmen sind das einfach keine schönen Schlagzeilen. Und der Mann, der hat ein Apparat. Also wir haben heute erfahren, mindestens zehn Leute sind in seiner Firma nur damit beschäftigt, Details über Firmen herauszufinden. Also wenn er argumentiert, dann argumentiert er auf jeden Fall auf soliden Grund. Allein die Wortwahl, das ist ja fast schon unflätig. Was ist das für ein Typ? Ein spannender Typ, der offensichtlich auch sehr stark geprägt ist von seiner Zeit bei den US-Marines. Wir haben im deutschen Anlegerfernsehen ein ganz schönes Zitat von ihm selbst, wo er sich selbst beschreibt, gefunden. Wir können es ja mal einspielen. Ja, gerne. Ich bin ein Aktionärsaktivist. Die Leute haben mir deshalb alle möglichen Namen gegeben. Rambo war da noch einer der Netteren. In Frankreich nennen sie mich Schwarzkopf, wie den General Schwarzkopf. Leider war der Army-General und ich war bei den Marines. Es gab so viele Namen, das kommt daher, was ich tue. Und das ist durchaus aggressiv. Ja, und dieses Selbstverständnis als Marine, das hat er tatsächlich im Interview auch mal gesagt, das ist auch bei seiner Arbeit als Anlegervertreter immer wieder da. Also er forscht eine Firma, den Feind sozusagen, aus nach Schwächen. Und erst wenn er alle Schwächen kennt, dann klopft er an die Tür und sagt, hallo, jetzt übernehmen wir. Und er scheint sich in dieser Rolle auch wirklich zu gefallen. Der OHB reagiert bislang relativ ruhig und gelassen. Gleichwohl ist denn was dran an diesen Vorwürfen, denn es ist ja schon so, dass die Familie Fuchs das Unternehmen kontrolliert. Das ist richtig. Die Familie Fuchs bewegt sich einfach in einem Spannungsfeld. Einerseits sind sie fast schon ein klassisches Familienunternehmen. Andererseits sind sie eine Aktiengesellschaft. Da haben dann natürlich plötzlich Aktionäre, was mitzusprechen. In dem Fall ist es ein besonders lauter Aktionär. Okay, also wir werden das weiter beobachten. Vor allen Dingen, wie OHB darauf reagiert, ist ein spannender Fall. Und wenn man, wie ich, keine Ahnung von Wirtschaft hat, auch relativ spektakulär. Danke, Sebastian, für deine Einschätzung.